Ich weiß nicht, für die, dem das jetzt nicht gesagt hast, dass das das Sanctuary von Mickey Epic ist. Das ist sozusagen der Ort, wo du immer mal wieder hin zurückkommen wirst, wo du neue Missionen kriegst, wo du... Oh, Katzi. Ist das ein Themenpark? Oswald hat so gut probiert zu kopieren, wie es geht. Er wollte uns das... Genau, und da kommen halt alle Cartoon-Charaktere, landen hier und... Also, wenn sie nicht mehr geguckt werden. Und dann, bevor die Verdünner-Katastrophe, also sozusagen Mickey war ja schuld für die Verdünner-Katastrophe. Und da das ja Farbe ist, werden die weggeschmissen, das Kind. So, ich hoffe, dass er das jetzt gezeigt hat. Ja, der wird einfach weggespült. Und... Na, also sozusagen, wir haben das kaputt gemacht. Und ihr siehst mal, wie scheiße das jetzt ist eigentlich. Es sah so schön aus. Und Mickey ist es schuld. Also, Mickey ist es ja legit einfach schuld. Boah, diese Port-Anunions waren auch wieder 10-4-10-Schöpisten, Leute. Ja, bla bla bla, Markus, hast du Oswald gesehen? Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er... Ist er zu den Projectors-Screens, also, wie nennt es das? Zu den Protektoren-Bildschirmen? Zu den Leinwänden. Leinwänden heißen die im Deutschen. Gott, bin ich dumm. Zu den Leinwänden am Ende der Straße gegangen. Aber die sind schon seit langer Zeit kaputt. Together, bla bla bla, also die können die fixen. Aber die wollen natürlich Sachen, ne? Die wollen Cash Money haben dafür, dass sie die Leinwände wieder zum Laufen kriegen. Und, beziehungsweise, die wollen Zahnreiter-Gears. Horace can probably be found in the Detective Agency. Also, Horace können wir in der Detektei finden. Pete ist sozusagen der... Also, Pete ist ja auch einer dieser Carta-Carlo-Abklatsche. Für mich sind das leider immer Carta-Carlos, weil ich ihn nicht anders kenne. Der ist auf jeden Fall im Rathaus. Und, genau, der ist beim Penny Arcade. Das ist ein Kino. Also, hier, das ist das. Und gegenüber ist das Kino. So, wir sind in der Mainstream. You just got a quest. There are lots of quests for someone like you in the basement. You can always see your quest by going to pause the menu and pressing the plus button. Da muss ich nochmal kurz nachgucken. Ja. Ich hab mir... Nein, das war... Quest. Haha, guck mal hier. Okay. Irgendwie bin ich drauf gekommen. Warte. Also, Q. E. Q und E sind mein Minus und mein Plus. Ich hab... Bopala. Entschuldigung. Falsche Taste. Was? Nein. Nein. Will ich nicht. Warte. Ich muss kurz... So. Alt-Tab drücken. Äh, Alt-Enter drücken. Damit ich wieder im Fullscreen-Modus bin. Ihr habt es ja gerade mitgekommen. So. Und wir haben hier... Ihr seht das schon. Also, wir sind hier auf der Mainstreet. Ich weiß, es gibt eine Möglichkeit. Das will ich jetzt nämlich am Anfang machen, bevor ich das wieder vergesse. Ähm, es gibt eine Möglichkeit, hier auf das Dach zu kommen. Und auf dem Dach ist was. Da bin ich mir noch ziemlich sicher, dass hier was war. Ähm, also wir werden hier auf jeden Fall... Hier kannst du gut erkunden. Hier kannst du ordentlich erkunden. Oh ja. Tickets erstmal. Tickets sind natürlich auch cool. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie ich hier hochgekommen bin. Okay, ne, warte mal. Das war jetzt doch einfacher, als ich dachte. Also, man kann irgendwie hier aufs Dach sich wagen. Und oben war, meine ich was. Ich weiß nicht, ob es einen bescheiteren Weg hoch geht. Ich habe, glaube ich, als Kind immer den hier genommen. Warte. Hochziehen. Zieh hoch. Hoch. Na, komm. Oh, die Kamera. Das ist auch so etwas. Also, man merkt, dass das Spiel eindeutig für die Wii konzipiert wurde. Und... Hallo. Bin ich jetzt schon ziemlich frech von dir, dass du da nicht hoch bist. Jetzt kann ich ihn ja auch anders hoch. Ich weiß, ich habe mich da immer als Kind irgendwie hochgebackt. Na, komm schon. Also, nie so, wie man hoch sollte. Ich habe immer irgendwas anderes genommen. Also, nicht, dass ich es nicht gut... Hoppala. Nicht, dass ich es nicht gut finde. Warum bin ich eigentlich gerade hochgekommen und eben... Also, da hinten eigentlich nicht. Na. Okay. Okay, jetzt machen wir das jetzt mal. So, dreht dich mal um. Ja. Schaffe ich den Sprung? Oh Gott. Ich will jetzt nicht nochmal runterfallen, deswegen. Ja, nice. Geschafft. Nice, 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 nice. So. Dann auf jeden Fall hier vorsichtig rumrennen. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal runterzufallen. Und das hier musste ich kaputt machen. Das hier musste ich kaputt machen. Dann war da irgendwie... Ich weiß nicht, kommt das jetzt später? Kriege ich dafür eine Quest? Ah, ne. Da ist es. Ha. Ich wusste doch. Ich bin nicht doof. Glaube ich zumindest. So. Wie viel habe ich hier schon gemalt? Nein. Am Arsch. Als ob das Dach... Als ob das Dach so kacke ist. Aber ich habe schon wieder nicht aus dem Spiel mit der normalen Maus. Wusste doch, dass ich hier irgendwas machen konnte. Ha. Mein Gehirn oder mein Gedächtnis täuscht mich. Nice. So. Jetzt können wir auch direkt... Ähm. Ich würde erstmal alle Laden abklappern. Ich weiß nicht, wie euch das gefällt. Aber ihr müsst damit leben. Oh. Gut. Erstmal Cutscene. Genau. Äh. Die Charaktere sehen sehr, 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 sehr gleich aus. The different versions from the different stories. Sehr, also... Oh, ja. Big Bad Pete. Ich kenne Big Bad Pete nicht. Für mich ist das... Pete Pan, Small Pete, Petertronic. This place has got a lot of me. Für mich ist... Für mich... In Deutschland ist es ein Kater Carlo. My Island Sea. So work with us and nobody will mess this. Ja. Also es heißt so mit dem Motto... Die sind... Also die sind die Rüpel. Wir sollen mit denen arbeiten, dann... Fickt sozusagen keiner mit uns rum. Ja. Er ist Big Bad Pete. Der einzig Ware. Und... Äh... Er ist sozusagen... Ähm... Derjenige. Wenn du Stress hast, kiesst sie. Ne? Ja. Er hört auch übrigens von allen. Er hört auch, dass wir Small Pete geholfen haben. Oh, ho, ho, ho. Ja. So. Er bedankt sich jetzt, dass wir ihm geholfen haben. Das ist halt auch so. Ne? Nicht nur Small Pete bedankt sich, sondern auch so. Sein Verwandter, sein Vater, sein Cousin. Ich weiß nicht, was die alle sind. Der bedankt sich auch nochmal. Aber wir sollen nicht auf die Idee kommen, dass wir... Dass er uns deswegen mag, ne? Ähm. Ja. Wie gesagt. Er bedankt sich, dass wir ihm helfen. Er hat auf jeden Fall eins dieser Zahnräder, die wir brauchen. Und er schlägt uns jetzt ein Deal vor. Big Mouth Gilda. Always bring about how fast she is. So I set up a race for her. Told her I would give her a price if she could beat it. Zein. Is that how I think think she could. Ah, also er hat mit Gilda, die immer sagt, sie sei so schnell, ein Rennen gestartet und hat dementsprechend verloren. Und hat dem halt das Zahnrad. Oder hat ihr das Zahnrad geben. Bottom line is I don't got it no more. The girl over by the fire station does. Genau, also sie hat jetzt das Zahnrad und wir können uns das Zahnweiß, äh, das Zahnweiß, das Zahnrad bei ihr holen, wenn wir sie besiegen. New Item Received. Small Pete Pin. Remember if you hold the Wii remote upright and the gardens, you have to show you where to go next. Das kann ich nicht machen. Also, ähm, ich müsste jetzt rein theoretisch die Wii-Controller nach oben halten. Ihr seht das, aber bei mir passiert nichts, weil ich habe bei mir die Maus. So, aber wir sollen mit der an der Fire-Station halten. Also, hi there, I'm Gilda, I'm a little bit adventurous like yourself. I just got back from Mickey Junk Mountain, there's a scary place. I was camping to the old collector's hut with botlings shot up, had to get out fast. I thought being up on the ledge was safe, but I was wrong. Left My Price Climbing Ex-Behind. Also, sie hat ihre, ähm, naja, äh, wie nennt's das? Heißen die? Pick-Ax? Pick-Ax, also, so eine Kletter-Ax, die man zum Eis... Hier, das da. Ich weiß nicht, wie das Ding im Deutschen heißt. Ähm, so, genau. Und, äh, wir müssen, wir können, wir können das Ding holen. Wir müssen nicht, wir können, wir werden uns auf jeden Fall mal danach umgucken. Ähm, und wir werden auf jeden Fall natürlich auch sie im Rennen herausfordern, weil... Drei, zwei, eins. Ich weiß leider nicht, wohin ich lachen muss. Okay, wir laufen, glaub ich, einfach dem Ding hinterher. Das krieg ich auch mit der Kameraführung hin. Ich weiß auch, als Kind, ähm, hab ich das Ding nicht gesehen und hab mich mega gewundert, was ich machen muss. Wenn du hier runterfällst, ist es auch übrigens, äh, 10 von 10. So, das hab ich jetzt nie... Aber, genau, da fängt's schon an. Da ist das scheiß Mülleimer im Weg. Bum, 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 bum. Finiisch! Als Kind bin ich nämlich da vom Hausdach runtergefallen und dann zählt das nicht, Alter. Ich hab mich aufgeteilt. Hey, ja, hast du toll gemacht, Micky. War auch so hart schwer, du hast ein... Ich weiß nicht, ob die Cutscenes jetzt auch noch kommen, wenn wir hier weitergehen. Also, es gibt auf jeden Fall, ähm, Cook, also Läden, die man betreten kann. Da drüben das Detective-Ding, da kann man auch rein. In den Eisladen kann man, das weiß ich noch. Und ins Kino kann man auch. Das Kino ist aber erst später on. Und ihr seht hier, das ist, also, das ist eigentlich ganz cool gemacht. Also, ne, hier hört die Map rein theoretisch auf. Also, wirklich, hier ist Ende. Und es ist aber so, damit die Charaktere so wohlfühlen, sieht das aus, als wäre der Streit. Ich finde das so schön gemacht, ne? Und du kannst, gut, du kannst ja alles kaputt machen, bis es dann... So, wir machen aber natürlich erstmal... Wir gehen natürlich das... Oh, guck mal, da kommt ein NPC reingelatscht. Hey, Fiat an den Luck-Finding-Dus-Gears hast du Glück gehabt und hast du ein Zerrack gefunden? Ja, wir haben eins gefunden. Digga, wir haben eins gefunden, du. Get to it. Digga, ach, muss ich das erst hier einsetzen? Hallo. Ich hab doch so ein Gier. Ach, scheiß doch drauf. Weißt du was, dann gehen wir erst... Dann gucken wir uns erstmal die anderen Läden an. Ähm. So, komm. Gehen wir mal beim Detektiv rein. Wo ist die Tür? Hier ist die Tür, glaube ich. Would you like to enter Horace Detektiv Agency? Also, detekt... Heißt das Detektei? Im Deutschen heißt es, glaube ich, Detektei, ne? So, da seht ihr jetzt... Ja, Mickey, do you remember Horace Horace? Also, ne? Da, da siehst du, die haben natürlich dann... Er war in The Firefighters, er war in The Barnyard Broadcast. And The Band Concert. That was one... That one was famous. Don't remember. Guck mal, und Mickey fühlt sich so schlecht deswegen. Und es ist... Ach, es ist so traurig. Ich find das so schön. Oh, ne Witz. Ach, es ist... Ja, also er hat sozusagen, ne? Der ist halt hier gelandet. Hier in Wasteland. Aber... Ah, es ist so schüchtern sich das Buch selbst zu holen. Ja. Also, es ist... Es ist... Es ist... Oh, ich find das so schön. Also, diese... Ja. Ja, ja, ja. Map war... Da. Das war Map. Ja. Oh, also wirklich, das ist... Ich find das so... Warte, wir können ja mal gleich gucken. Map. Wir müssen zum Emporium. Das ist der Geschenkeladen. Ähm. Wir waren da. Gegenüber ist der... Ich drücke mal die falsche Taste. Das tut mir leid. Ich drücke mal Escape, um aus Sachen rauszugehen. Warte, jetzt mal mal Alt-Tap drücken. So. Äh, Alt-Enter, nicht Alt-Tap. Da. Das ist der Geschenkeladen. Ähm. Oh, das ist doch schön, weißt du, die Charaktere. Sie freuen sich, Miki zu sehen und denken, boah, was für eine Legende. Sag mir doch bitte Hallo. Und... Nö. Eiskalt. Nö. Okay, der hat das Buch anscheinend einfach weitervermietet. Ähm. Vermietet wahrscheinlich. Kann ich bei dem eigentlich schon einkaufen? Welcome to my shop, Miki. Ähm. Du kannst Farbe. Wir können uns Pins kaufen. Ah ja, Schwarte, das war B. Ich muss... Haha. Falsche Taste. Mein Fehler. My bad. Das ist... Links-Klick ist... Links-Klick ist zurück im Menü. Was haben wir? This wallet allows you to carry many more tickets. Das verstehe... The Concept Art. Ähm. Das kaufen wir auf jeden Fall. Ah, scheiße. Ich drücke immer... Links-Klick drücke ich immer. So. Dann einmal das. Yes. I'm sure. Continue. Ja. Ich hatte ja schon Farb-Upgrades. Nein, hat er noch nicht. Dann jetzt halt. Darf ich einmal links-Klick drücken. Ähm. Ich wusste gar nicht, dass es einen Cap gibt. Was die Tickets angeht. Aber ist ja egal. Wir haben es jetzt einfach weitergemacht. So. Der schickt uns jetzt weiter zum Eiss-Salon. Der Eiss-Salon ist auch der... Also das ist sozusagen rein theoretisch die Quest. Einfach nur dafür da, dass du jeden Laden und den Typen einmal kennenlernst. Äh. Kennenlernst. Leerst. Ähm. Was ganz sympathisch ist. Also hier ist mal no shit. Ich finde das hier super lieb gemacht. Auch der Eiss-Laden ist super, super cool. Ähm. Hey there. My name is Paulin. I'm the owner of the Ice-Creeper. The Ice-Creep is hard to come by these days. So sometimes I don't have much value. The business has been slow, but reading keeps me entertained when there are no customers. Also er hat nicht viele Kunden, weil er wenig Sorten hat, weil man nicht so viel Eis kriegt hier im Wasteland. Und deswegen liest er. Genau. Und wir müssen jetzt das Buch haben. Aber es ist ein paar. It's finished here with that, but suppose I can have it anyway. War noch nicht ganz fertig, aber er gibt dieses Buch trotzdem. Nice. So. Mit dem Buch können wir dann auch wieder zurückgehen. Ähm. Also ich weiß noch nicht, man merkt es natürlich auch ein bisschen an dem Aufbau. Also das war jetzt natürlich so ein bisschen, ähm, um die. Ah. Der gibt, der verkauft nur Health. Das brauche ich nicht. Der verkauft, irgendwann verkauft er auch Health-Upgrades. Also dass ich jetzt, ich habe oben. Seht man das gar nicht. Ich glaube ich habe 5 Leben. Also ich kann 5 Hits tanken im Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ähm, und irgendwann geben die dir dann auch mehr. Also so, dass du halt, äh, also so Upgrades, dass du halt, äh, ohne Probleme auch mal mehr tanken kannst. Hallo Ticket, danke. Would you like? Also man merkt auch ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Also so schön das Spiel auch ist. Ich, ich liebe es wirklich. Es ist alles andere als zeitlos. Es ist der Grafikstil oder generell die Grafik. Die Zwischensequenzen sind zeitlos, finde ich. Ähm, die In-Game-Grafik ist sehr, sehr, sehr Wii und, ähm, Anfang, also Anfang der 3D-Grafik, finde ich. Also man merkt hier so ein bisschen, ähm, also diese, diese auch gerade die ersten Playstation-Spiele und so. Ja, wir haben jetzt, ach, ich brauchte zwei von denen. Hier haben wir ja aufgepasst, ich dachte, ich brauch nur eins. Ähm, wir brauchten zwei von denen. Ähm, was? Äh, nein, lass mal kurz. Ich will eventuell nochmal mit dem reden. Vielleicht hat er ja noch was für mich. Also, man muss, man sollte immer mit den, Ah, I will, you, you make me pile, but I heard about the new invention Ice Cream Cake. I think it doesn't sound so wonderful. I like it, you, I would like it, but I know if I care about those or cares. Muss ich dir das jetzt sagen? Weiß ich nicht. Ähm, also man merkt auf jeden Fall, dass halt, also guckt euch das an. Es ist, also ich find's immer noch schön, äh, aber gerade weil ich es auf dem PC, auf dem Emulator inne, das habt ihr jetzt nicht gehört, ne, das ist, das soll man ja nicht machen, hüh, Kappa Kippo. Ähm, es ist, es ist sehr, es ist sehr schlecht gealtert. So schön das Spiel ist und gut, das Spielprinzip mit der Wii, das ist halt noch was ganz anderes. Ähm, allerdings finde ich es immer, also immer schade. Das ist so ein schönes Spiel, also ich find die Story ja wirklich super. Ich find's so süß gemacht, ich find's so lieb. Boah, es ist, ich liebe das Spiel einfach. Ähm, various people have picked up them up and said, we will need one of them to start up the OSP. I'm pretty sure I saw one display at the museum. You should go have a look. It's in the platter between, ja, ja, also wo das Museum ist, weiß ich. Genau, wir müssen jetzt noch, ähm, ich weiß gar nicht was finden. Hab ich aufgepasst. Wir müssen irgendwas finden. Ich war grad so vertieft im Schwärmen über das Spiel, dass ich, ist ja eine neue Tune sighted in Wasteland. Wir sollen mal im Museum gucken. Das Museum, ich weiß gar nicht, ähm, den wirklichen Sinn des Museums hab ich bis jetzt nie verstanden. Ich weiß, dass du da Sachen kaufen kannst und du kannst da auch Sachen tauschen. Du kannst da, ähm, du kannst da deine Pins, glaub ich, oder so, irgendwas kannst du da abgeben. Ah, genau, diese Lichtfumpen brauchen wir. Das war das. So, und die, die will immer irgendwas anderes haben. Die will Sachen, die wir hier mitbringen können. Also, wir wollen das Ding, was sie hat. Sie sagt, das ist das Einzige, was wirklich Interessante, was sie hat. Ähm, und wir müssen... Okay, wir müssen ihr irgendwas anderes Interessantes geben, damit das, ähm, also damit wir sozusagen den, also tauschen können. Den Lichtorb oder den Lichtfunken bekommen. Und wir sollen im Kino nachfahren. Und, äh, also, ich weiß nicht, man merkt's ja jetzt schon, ähm, keine, keine zwei Minuten in der Stadt gewesen. Äh, klar gab's nur noch Rennen. Aber die meisten Aufgaben sind wirklich Rennen von A nach B. Äh, gut, das, ähm, Fairness halber ist das jetzt auch hauptsächlich, damit du, ähm, äh, diesbomst. Ja, genau, also wir sollen auf jeden Fall immer dem die Filme gehen, also wir sollen dem Filme bringen, wenn wir kommen. Ähm. Genau, das ist, das ist Captain Hooker, was wir wissen. Also wir sollen dem auf jeden Fall immer, wenn wir Filme haben, äh, vorbeikommen. Der freut sich dann immer, der belohnt uns dann auch immer. Immer mit neuen Sachen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon machen kann. Ich hab das mal, ich hab das mal ewig vergessen und hab dann so. Guck, zack. Und da was Neues bekommen. Hier ist der Bronzer Puffer, los Reels, ihr ihr collected. Ja, du bekommst, das hab ich aber irgendwann mal, ich hab das wirklich, ich war schon, ich glaub, 70% des Spiels durch. Ah, okay, jetzt sind wir fertig. Äh, und hab das dann das erste Mal gemacht oder gecheckt, dass ich ja weiter mit, nochmal mit dem Typen reden kann, mit dem es Sachen gibt. Ey, ich hab keine Ahnung, wie viele Sachen bekommen, ne. Das war unglaublich. Ähm. Also war natürlich cool, so ist es nicht. Aber es war ein bisschen dumm, dass ich das vercheckt hatte. Yes, I would like to enter the museum. Ich würde gerne ins Museum reingehen. Nice. So, was sagt die jetzt? Aber, ja, das ist ein schöner Cutlass. Ich glaub, Degen, Degen, Schwert, Dolch, ach, ist mir scheißegal. Genau, wir tauschen jetzt und wir können immer wieder zu der zurückkommen. Die tauscht immer sehr gerne und nimmt immer sehr gerne. Und das ist halt, es ist, das ist halt auch dieses, dieses Schöne an diesem Spiel. Es ist dieses Geben und Nehmen Prinzip, ne. Also, egal was du findest, du kannst es immer Leuten geben, du kannst es immer Leuten zeigen und die geben dir immer was anderes dafür, was halt für dich usefuler ist als so ein Degen. Degen. Degen? Heißt das Ding, Degen? Warum stechen die sich beim Fechten immer ab? Ist das ein Degen? Keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. Ähm, you achieve the power spark. Ja, ich hab so einen schönen, leuchtenden Funken. So, dann reparieren wir wieder professionell. Yay, Osttown is working perfectly. Ja, der, der sagt, während wir wechseln, probiert das mit den anderen Screens, probiert der eh nicht. Also, ich weiß es. So, jetzt kommt, glaube ich, noch eine Cutscene. Ja, genau. Genau, Osttown hat es genauso wie die anderen Parks gemacht. So, er erkennt ihn jetzt, es ist eine Klammer Walt Disney. So, und jetzt erkennt er aber, dass Oswald an der Hand von Walt Disney ist und fühlt sich schlecht. So, er hat sich nämlich gefreut, so, oh, das ist sozusagen mein Macher, mein, mein Herrscher, wollte ich gerade sagen. Mein Macher, mein Herrscher. Ähm, und, ja, leider ist es nicht so. So, bevor wir aber noch Osttown gehen, ich glaube, ich mache hier sogar schon mal einen Cut für mich, einfach, weil ich noch schneiden möchte und noch raus muss. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, kann ich hier irgendwie, ich kann Quitten drücken. Okay, warte, nein, nicht Escape drücken, Chris. Nicht Escape drücken, nicht Escape drücken. Dann hängt sich das Programm wieder auf. Ähm, ja, ähm, das ist so, das ist also die Mainstreet. Wir werden immer wieder hier zurückkommen, äh, und beim nächsten Mal starten wir dann einfach direkt mit der Reise nach Osttown, würde ich sagen. Und, äh, auf jeden Fall, zap, zap, zap. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierhin. Ich hoffe natürlich auch, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns, oder ihr seht mich einfach in der nächsten Folge. Ich sehe mich selber in der nächsten Aufnahmesession irgendwann. Ich hoffe nicht, dass ich das wieder so schleifen lasse. Ähm, hau da rein!